Und ein Moinzen zu diesen VfB News heute, Teil 1 oder Teil 2, je nachdem was ihr euch zuerst gebt, ob wir hier allgemein zum VfB ein bisschen reden oder halt, gut anders ist auch VfB, klar aber halt spezifischer, nur in Richtung Machtkampf, Präsidentschaftswahl und so weiter, aber hier soll es quasi so ein bisschen, ja, die Random News geben, die halt den anderen Podcast dazu einfach noch koppelt sprengen würden. Und hier gibt es auch noch einen Ticken, was zum Berlin-Spiel dann, was ab jetzt natürlich dann aber aufgeteilt ist, weil wird ab dem Köln-Spiel so sein, dass es eine Preview und Review oder halt auch Vorbericht, Nachbericht zum Spiel gibt und dadurch quasi der Podcast ein bisschen erleichtert wird. Fangen wir hier an, geben noch ein paar Tweets durch, ein paar Artikel durch, ihr kennt es und scheinbar sind wir, wir hatten es ja erst im letzten Podcast, glaube ich, oder im einen der letzten Podcaste, wir haben tatsächlich Platz 10 eingenommen mittlerweile in Sachen Marktwert in der Bundesliga mit 151 Millionen. Hatten ja die starken Anstiege, jetzt auch ein Silas irgendwie bei 25 Millionen, auch ein Gonzales, ein Mangala, alle extrem gestiegen im Marktwert. Thema Gonzales, verletzter VfB-Jäger Gonzales auf Heimaturlaub in Argentinien. Der macht hier scheinbar, um die Verletzung auszugurieren, den Ausflug nach Argentinien zurück in die Heimat, so wie es ja auch, keine Ahnung, Beispiel ein Haarland oder sowas gemacht hat, was er nach Dubai ist, da wo es halt am besten für ihn ist, um wieder sich auszugurieren. Dann ganz tatsächlich was Interessantes, nämlich die Terminierung weiterer Spiele, also wir spielen den 23. Spieltag gegen Schalke, Samstag 15.30 Uhr, das wissen wir ja schon, 24. gegen Frankfurt, wussten wir, glaube ich, auch schon mit 15.30 Uhr am Samstag, der Rest muss, glaube ich, neu sein, Hoffenheim ist Sonntagabend ein 18.00 Uhr Spiel, es wird auch vermutlich das Spiel sein, wo dann die VfB-Streams wieder zurückkommen, vermutlich das, am 14.03. 26. Spieltag, Bayern München, wieder Samstag 15.30 Uhr, wie auch schon ein Simmspiel, Bremen ist auch wieder Sonntag, ich glaube, es war damals auch 15.30 Uhr, auch wieder ein Sonntagsspiel gegen Bremen, wie auch schon ein 10. Spiel in Bremen und dann ganz, das wäre natürlich vor allem mitzuschauen, unfassbar geil, 28. Spieltag, Samstag, 10.04. 18.30 Uhr, Topspiel der Woche zu Hause gegen Dortmund, das wäre natürlich ein absoluter Traum, haben wir da sowieso zwei Heimspiele am Stück mit Bremen und Dortmund, aber gut. Ist halt nicht drin. Dann, was weiterhin drin ist, was wir hier gefühlt schon vor 18 Folgen doof gesagt haben, ist der gute Herr Balogun von Arsenal, das Sturmtalent, der im Sommer ablösefrei zu haben ist, wenn er nicht verlängert bei Arsenal und das sind anscheinend weiterhin die deutschen Klubs, sehr gut im Rennen, inklusive uns und zum Beispiel auch Bayern 04 Leverkusen. Mal schauen, wer das Rennen macht, wäre natürlich ein optimaler Ersatz direkt für mögliche Abgänge von Silas, Gonzalez, wie auch immer im Sommer. Dann, den Tweet fand ich einfach so geil, Sensations-Tweet, was will dein örtlicher Regionallegist im Detail dagegen tun? Dann ein Screenshot von der Stürmeraufstellung von Mohamed Sanko und Hamadi Al-Ghadoui, die jetzt ein bisschen in der zweiten Mannschaft kicken quasi, sensationell. Ich finde diese Formulierung so geil, was will dein örtlicher Regionallegist im Detail dagegen tun? Ungerecht, schreibt er noch. Genial. Dann kommen wir auch schon chronologisch zum Berlinspiel. Ja, das soll man zum Berlinspiel noch großartig sagen. 1-1 ist ein Punkt mehr Richtung Nicht-Abstieg, aber das war es dann halt auch schon wieder, was an dem Spiel besonders war. Also 1-2-3 waren wir auf jeden Fall besser als Berlin, das ist recht klar. Haben da ja auch unser 1-0 gemacht durch Kalajic. Die Ewigkeiten-Diskussion da, ob Abseits oder nicht. Am Ende war es tatsächlich wohl kein Abseits oder war es kein Abseits, haben sie ja so entschieden. Ist halt immer die Frage dann, das hatten wir vor allem in Sachen dieser 3-Gommis-Abseits-Suche, damals in Sandhausen, falls ihr euch daran erinnert. Da ist ja immer die Frage, weil sobald du, das ist ja auch doof gesagt, willkürlich gewählt, wo die denken, dass der Ball den Fuß verlässt. Wenn die dann in den Frame zurückgehen und in den Frame nach vorne gehen, dann gab es irgendwelche englischen Artikel damals dazu, so richtig physikalisch und wie auch immer berechnet. Da kann sich da immer noch 3-4 Zentimeter bewegen in diesem einen Frame quasi. Also es ist auch immer bei den ganz engen Geschichten immer auch so ein bisschen Willkau dabei, wo ich jetzt genau diese Linie hinlege. Deswegen, wahrscheinlich wäre Kalajtic quasi jetzt in den Frame später genommen, wäre er wahrscheinlich im Abseits gewesen. So war er es nicht. Auch mal gut, war ja kein Glück. Wird immer noch dargelegt als faktische Entscheidung beim VAR, die Abseitsentscheidungen aber trotzdem so halbwegs mal ein bisschen Glück gehabt quasi beim VAR. Und dann hast du halt in der zweiten Halbzeit als VfB halt auf einmal aufgehört zu spielen. So, ich glaube, wir hatten gefühlt keinen einzigen Torschuss mehr in der gesamten zweiten Halbzeit, bis auf das eine Ding von Mafopanus dann quasi mit dem Schlusspfiff, was kurz das Kampaneben geschossen ist. Aber sonst war ja dann nichts. Also die zweite Halbzeit muss mir wirklich jemand erklären, was das soll. Vor allem gegen das Berlin. Klar, die waren in der zweiten Halbzeit auch deutlich besser. Vor allem der Khedira-Wechsel und ich glaube Radonjic kam auch noch als Doppelwechsel. Die haben das Spiel sehr belebt. War auch die Vorlage von Khedira, logisch, auf Luca Netz. Der ja auch einfach mehr Glück als Verstand hatte bei dem Tor. Hat einfach in den Rasen reingekickt und das hat ihm geholfen, dass halt Kobel und ich glaube noch andere Verteidiger von uns halt damit logischerweise nicht gerechnet haben und damit das Ding ins Tor laufen konnte. Aber ja, war halt einfach keine gute zweite Halbzeit. Ich verstehe es nicht, warum man da aufgehört, Fußball zu spielen. Gegen diese Berliner hättest du das Ding locker heimfahren können. So spielst du halt eins zu eins und bist einfach selber schuld vor einer zweiten Halbzeit. Auch wenn es gegen Berlin, ich habe ja schon mal vorgerechnet, Berlin im Punkt und danach Köln-Schalke gewinnt, ist ja weiterhin voll in der Planung. Der Punkt tut uns auch immer noch besser, als er jetzt zum Beispiel den Berlinern tut. Ganz logisch. Aber sonst war es auch kein besonders interessantes Fußballspiel. Ich glaube, die Chancen stehen für uns vor allem durch die erste Halbzeit. Hier Kicker sagt 5 zu 2 Chancenverhältnis, 52 zu 48 Ball bis jetzt. Also da auch quasi kein Unterschied. Am Ende geht es Unentschieden in Ordnung, war verdientes Unentschieden, aber war einfach gleichermaßen ein sehr, sehr unnötiges Unentschieden. Ganz simpel. Taktische Aufstellung noch kurz reingehen. Da war ein Ticken überraschend, dass tatsächlich ein Karasso gespielt hat. Da war Kempf dann wohl angeschlagen halt noch. Und dass dann wirklich Förster und Tommy vorne zusammenspielen, oder besser gesagt Sosa und Tommy spielen. Also Tommy quasi den offensiven Zehner gemacht hat. Hätte ich auch nicht so für möglich gehalten, aber war auch eine gute Idee. Vor allem das Zusammenspiel von Sosa und Tommy war echt gut. Der ist dann irgendwie ausgewechselt worden gegen die Davi, der dann recht wenig gebracht hat. Silas war in dem Spiel tatsächlich mal komplett nicht vorhanden. Hat für den Kicker eine 5 bekommen. Recht heftig, aber gut, er war halt gefühlt nie am Ball. Und sonst war es einfach eine komplette Durchschnittsleistung. Und vor allem in der zweiten Halbzeit halt einfach gefühlt keine Leistung, weil er, keine Ahnung, man sich das Spiel komplett hat nehmen lassen. Und dann kommen wir zur Tabelle. Wir haben hier den Platz 10 weiterhin. Da bleibt man einfach aktuell. 26 Punkte. Heißer sind immer noch 8 Punkte auf Bielefeld und 12 auf Mainz. Und ja, 17 auf Schalke. Also, wie gesagt, 1 Punkt mehr in Richtung Klassenerhalt. Gut, du kannst überall nochmal einen Punkt draufrechnen wegen Torverhältnissen. Die alte Leier. Aber tatsächlich, Sosa hat es dann auch mal geschafft, in die Kicker-Elf des Tages zu kommen. Genauso wie in die Sportschau-Elf des Tages. Ich glaube, ein Kicker ist sogar irgendwie Spieler des Tages, wenn es da irgendwie quasi so eine Einzelwertung für Spieler noch gibt. Irgendwie so. Vor allem wegen seiner Entwicklung halt. Der hat eine wahnsinnige Entwicklung genommen bei uns. Also sehr, sehr schön. Kalejtic ist, glaube ich, auch in der Kicker-Elf des Tages. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube schon. Genau. Gehen wir wieder auf die Tweets ein, die zum Spiel kamen. Rein kalibriert. Das ist auch eine schöne Formulierung für das 1 zu 0. Den Aussagen hat sich der VfB hart erarbeitet. Auch wie immer die gute alte Galgenhumor. Und dann hier ganz sachlich einfach. Gute Erste. Schlägt die zweite Halbzeit. 9 Punkte auf Platz 16. So einfach ist es. So muss man es sehen. Meine zwei Seiten des Spiels. Positiv. Förster meiner Meinung nach gut gespielt. Sosa mit einer guten Vorlage. Tommy und Sosa. Total gut zusammengespielt. Bin ich dabei. Und Anton einfach eine absolute Abwehrmaschine. So einfach ist es auch. Komplette Maschine hinten drin. Kalejtic wieder mal mit einem seiner Top-Interviews. Wir haben um das Tor gebettelt. Und dann bekommen wir so ein dummes. Nein, nicht dumm. So ein Kack-Tor. Das Kack-Tor des Monats, hat er gesagt. Auch genial. Und dann hätten wir das Spiel auch schon abgehakt. Weil ja, mehr Zeit ist dieses Spiel auch wirklich nicht wert. Hier auch wichtiger, interessanter Tweet. Das ist fachlich das Beste, was uns seit Rangnick passiert ist. Der liefert hervorragende Arbeit ab. Das ist durchdacht und auf höchstem Niveau intelligent. An erster Stelle gilt es, dieses Wirken zu stärken und diese Philosophie strukturell zu untermauern. Und dann, ohne diese Arbeit ist alles andere nichts. Und auch Klaus Vogt muss zusehen, wie er hilft, strategisch Geld anzuschaffen und ein Klima für Sponsoren schafft. Da muss man frei von purem Idealismus auch mal an- oder über die Schmerzgrenze hinausgehen. Dann kommen wir zu einem Tweet zum Thema Nachwuchsleistungszentrum. Leonard Münst bleibt weiter mit dem VfB am Ball. 18 Jahre, Alt-Mittelfeldspieler, U19, hat seinen Trag langfristig verlängert. Sagt mir nichts, aber klingt natürlich immer schön, wenn die Jugendspieler verlängert. Dann hier zum Thema Rose zu Dortmund. Ist natürlich die Frage, ausgeschlossen, dass Eberl bei Matarazzo anruft, Fragezeichen. Um Kofi zu holen, ist er zu kompetent. Ist also ein bisschen das Gericht, dass Kofi zu Gladbach gehen könnte. Alle anderen Trainer aus der Liga, die qualitativ in Frage kämen, bekommt er sicher nicht. Ja, Hütter, Glasner und die Großen, meint er damit. Ja, also, das ist wirklich, ja, nicht, also gut, ich denke nicht im Sommer, aber ich glaube, wir können es wirklich damit, ja, schon damit abfinden, dass wir irgendwann Matarazzo verlieren. Vor allem, wenn solche Klubs halt nach Trainern suchen. Also mal gucken, ob da im Sommer irgendwas passiert. Da kommt nämlich später noch eine News dazu, die da vielleicht auch ein bisschen Einfluss drauf hat. Auch ganz interessant, alle 36 Profi-Klubs bekommen die Lizenz, aber Punktabzug bei Auflagenverstößen heißt, alle bekommen Lizenz, ging für den VfB schon mal gut. Wir sollten da auch keine Mannschaft da sein, die irgendwie handlungsunfähig ist oder wie auch immer. Nehme ich das hier. VfB arbeitet an Verlängerung mit Matarazzo. Da lässt sich Ausstiegsklausel einbauen. Ist noch nicht offiziell. Kicker schreibt es, viele schreiben es. Scheiben wird der Vertrag verlängert bis 2024. 2024, Gehaltserhöhung, logisch. Und scheinbar auch eine Ausstiegsklausel für das Jahr 2023. Ich glaube dem schon, aber ich will dem noch nicht ganz glauben, weil ein bisschen hat er immer meinte, jo, nee, wir bauen hier keine Ausstiegsklauseln ein. Deswegen hoffe ich da immer noch ein bisschen drauf, dass es keine gibt. Aber wäre natürlich logisch, dass es eine gibt, um ihn halt an einen Verein zu binden, so wie es bisher läuft. Deswegen, mal gucken. Ich denke, dass die Personale Matarazzo im Sommer noch nicht interessant wird, hoffentlich in Sachen Wechsel zu Gladbach oder whatever. Aber mal gucken, ob es dann irgendwann kommt, die Verlängerung, denke ich schon. Oder halt vor allem, ob sie dann mit Ausstiegsklauseln kommt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste daran. Dann auch ein nettes, ein nettes Gerücht nicht, aber können Sie sich bitte direkt wieder, ja, umüberlegen. Können Sie vergessen die Idee. Gregor Kobel ist in Leipzig ein Kandidat. Also die Scheiße können Sie sich immer gleich aus dem Kopf streichen. Da ja scheinbar Goulaschi gerüchteweise zu Dortmund gehen könnte im Sommer, ist scheinbar Kobel bei denen ins Wiesel gerückt. Gut. Also wenn das wirklich passiert, dann werden es auf jeden Fall deutlich mehr, als die 4 Millionen Euro bezahlen müssen, die wir im Sommer bezahlt haben. Aber wir hoffen einfach weiterhin drauf, dass es einfach gar nicht passiert. Ganz simpel, es passiert einfach nicht. So, vorbei. Und da haben wir noch zwei News. So ist der Bayern-Interesse eine Ehre. Ja, klar hat er jetzt gesagt, bei Bayern ist das Thema sowieso recht vorbei, weil die ja einen Linksverteidiger aus der englischen 2. Liga geholt haben. Deswegen soll das Thema da eh vorbei sein. Aber er hat auch schön gesagt, mich hat das zusätzlich motiviert. Es bestätigt meinen Weg und den Weg des VfB, dass wir in unserer Mannschaft guten und attraktiven Fußball spielen und damit sehr wohl wahrgenommen werden. Das ist das Ergebnis unserer Entwicklung. Genau. Und dann letzter Tweet für heute oder für diesen Teil des Doppel-Uploads. Bin kurz ins Englische gerutscht. Auch sehr schön, ganz viele Zitate von Sosa über sein Interview, der scheinbar eine gute Beziehung zum Gomez hat. Wir stehen in einem regelmäßigen Austausch. Wann immer ich ein Tor vorbereite, schreibt mir Mario. Dann hier noch, er textet dann, ich liebe deinen linken Fuß, mir fehlt das Zusammenspiel mit dir. Zu Mario meinte ich bereits Augenzwinkern. Wenn wir das gleiche Alter hätten, dann hätte ich dir im Laufe unserer gemeinsamen Karriere 150 Torverlagen gegeben. Wir hatten zum Beispiel direkt im ersten Spiel der zweiten Liga Flanke Sosa, Tor Gomez gegen Hannover. Und dann Mario ist der Stürmer mit den besten Bewegungen im Strafraum, der beste Neuner, mit dem ich jemals gespielt habe. Also sehr viel Respekt und sehr viel Bewunderung der gegenseitig. Und auch ganz cool, Sosa scheint er sowieso ein recht cooler Typ zu sein und blüht jetzt vollkommen auf bei uns. Deswegen auch da eine schöne Aktion. Und dann würde ich sagen, war es das für den Teil des Doppel-Uploads, wie gesagt. Der andere geht dann über den VfB in Sachen Verein und wird wahrscheinlich einen Ticken länger, weil da einiges passiert ist. Um da mal einfach kurz alles abzuhaken, da haben sich ja wieder so dermaßen viel gesammelt über diese eine Woche. Deswegen quasi in zwei Sachen gegliedert und auch das Wissen für euch, dass das jetzt wieder in Richtung Vorbricht nachbricht, ich das quasi in einzelnen Videos, ja, einfach ausklammer quasi oder halt trenne, damit dieser Podcast nicht immer so ewig lang wird und man das andere Zeug auch ein bisschen einzeln hat. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Hört euch gerne den anderen Teil auch noch an. Wie gesagt, Quälen alles wieder wie immer unten drin. Stand der Dinge ist hier so, ja, Mittwoch, dieser 17. jetzt heute, also 14.30 oder so, so grob ist der Stand der Dinge. Und dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Hört euch den nächsten Teil noch an und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.